Ja Leute, willkommen zu einem neuen Wifi Battle hier. Wieder mit dem gleichen Team. Ja, mal gucken wie es so läuft hier. Ich habe jetzt mal einen Battle Passer drin. Gleiche Taktik wie letztes Mal. So, das würde wahrscheinlich auswechseln wieder, weil das jetzt nicht mehr viel bringt, genau. Dann hole ich jetzt mal Butter Lander rein und mache einen Drachenklaue. Zack, Saganabes ist damit Geschichte. Also diese Battle Passer Taktik ist entweder, sie klappt hundertprozentig und man rappt eigentlich erstmal die ersten Pokémon weg. Oder gleich das ganze Team. Super. Entweder man rappt alles weg oder man verkackt. In diesem Falle rappt alles weg. Jetzt habe ich nämlich mein Choice Scarf, Butter Lander, natürlich auch mit, dem EV-Soft-Initiative und dem sechsfachen Angriffs-Boost. Aber natürlich dann erstmal die Ultra-Power rappt jetzt erstmal geschwindigkeitstechnisch eigentlich das meiste weg und natürlich angrifstechnisch auch. Die Bandpässertechnik, entweder sie funktioniert und rappt alles weg oder sie floppt. Das kann auch vorkommen, dann ist halt, sollte man fünf Pokémon. Das ist natürlich dann auch etwas scheiße. Man kann nur noch was rausreißen, meistens aber... Go on, buddy. Ja, ähm... Mal gucken, was er jetzt noch so macht. Wahrscheinlich heute hat er das mal rum, da sah er hier... Von wegen, oh, Bettenpässer und, äh, overpowered ist Butter Lander jetzt und so weiter. Entschuldigung, dass ich das trinke, aber muss sein. Ja. Dein Fokus gut, das heißt, er überlebt den Hit. Jetzt zieht er die Giftspitzen aus. Wenn ich nicht mal wechseln muss, dann ist es sowieso egal. Junge, äh... Alter, lass mich doch einfach spielen, ehrlich. Ich will... Kann ich ja nichts fühlen, wenn ich die... Wenn du einfach mal auf die Taktik sogar reingefallen bist, oder... Keine... Nichts gegen machen konntest. So, Drachenklaube, ja, das ist jetzt so eigentlich... Das ist... Dann sind wir ein Sweeper. Schön geboostet und, äh, sweep einfach mal alles weg. Alles weg, home, weg, hauen. Ja, hätte gesagt lieft, wie ihr sehen könnt. Und, ähm... Ja, das war es eigentlich auch schon von dieser Folge. Weil eine relativ kurze. Ähm, die kann ich dann auch so zwischendurch reinladen. Das sind so ganz kurze Kämpfe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt mal so ein kleiner, so ein... Erfolgreicher Bettenpass. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao.